Ok, dann bauen wir mal hier ein bisschen weiter an unserer Taverne. Hier kommt ein Eingang hin, das ist so der Plan, dann bauen wir hier die Außenwand auf. Ok, das erstmal offen lassen. Ok, hinten wollen wir auch einen Ausgang haben. Und zwar hier die beiden sollen nach hinten rausgehen. So sieht es aus. Wir bauen natürlich dort. Das Bett haben wir gebraucht. Egal. Es wird schon der Tag. So, ok. Dann bauen wir jetzt mit ein bisschen Holz. Einen anderen Holzzot als der Boden mit Fichte am besten. Das brauche ich eigentlich nicht weiter. Ne, das Erde. Mit Fichte, wenn wir bauen. Ich würde mal. Ein Bretter wird auch gehen. Aber es gibt noch eine andere Art. Ok, jetzt bauen wir mit Breton. Ok, ich denke, so ist das gedacht. Ich baue hier ziemlich eine Anleitung. Und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, was die Anleitung will. Und damit es auch was wird, wie es in der Anleitung bestreben steht. Ah, ok. Hier die Wände zu. Ich verstehe. Und die Holzklätze kommen dann wahrscheinlich. Ich mache das Ganze dann wahrscheinlich. Das ist eine abgerunderte Sache. Alles klar. Ich werde auch in den zukünftigen Parts nicht immer unbedingt auf die Zeit achten. Im letzten Parts schon. Ich werde einfach mal ein bisschen. Ich werde eine Weile spielen. Und dann, wenn ich etwas fertig habe. Ich werde euch dann schön die Parts zusammenschneiden. So der Plan. Oh, wait. Das ist so, die... Ich komme nicht in den Moment. Ich werde mich nicht in den Moment. Ich werde mich in den Momenten beenden. Okay. So machen wir das. Sieht das natürlich ein bisschen seltsamer aus, aber okay. Verstehe. Wenn ich hier noch einen Bogen hin, dann haben wir hier dieses Gerüst fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.